So, wir starten genau hier. Und zwar wollen wir jetzt eine Sauna hier reinbauen. Ja, hallo. Was machst du so? Äh, ich hätte vorgeschlagen, dass ich... Äh, Linus, eine Frage. Hast du einen Keller, Linus? Ja. Linus, eine Frage. Wo ist der? Was? Wo ist der Keller? Macht man das, dass man die ganzen Redstone-Befehle nicht sieht? Äh, Slash-Mann. Guck mal, Erik, jetzt lass es. Willkommen mit, Mats. Ach so, ich hab dein Treppenhaus nicht gesehen. Und das ist der Zweitkeller. Überleg noch, was für eine Redstone-Befehle ich einbaue. Wie viele Punkte du gebrühtst du, Technik? Linus, komm mal, Erik, jetzt lass es doch. Komm mal hier unten mit in den Keller. 10. Ah, heiß. Ah, deine Sauna ist warm. Äh, wie findest du die? Linus, that's nice. Komm auf die Frage. Ah, ich geh in 10 Minuten dann auch off. Weiß nicht, wie's bei euch das ist. Ist das so? Gerstück? Gehst du really off, oder? Komm, willst du? Ja, glaub schon. Okay. Und du? Nee, ich zeig noch. Wie macht man das, dass man, äh... Ich bleib noch ungefähr eine Stunde. Wie lange? Ich brauche, bleib noch ungefähr eine Stunde. Eine Stunde? Ey, kann ich eben, okay, dann kann ich eben dem Spiel eingeben. Ist etwas aufwendiger. Okay. Eine Stunde, Hannus? Ja, ja. Ähm, warte. Ähm... Warte, ich mach mal kurz, ich mach mal kurz den Spiel hier ein. Du hast angegeben. Okay. Ist ein bisschen aufwendiger. Kannst du mir also wieder an OP geben? Okay. Ich hab noch eine Frage, wie kann man Leute an OP machen, weil, äh, ich, ähm... Du gehst einfach auf, äh, die Rechte und dann halt nicht mehr OP. Und dann wieder an OP. Ah, okay. Oder man schreibt einfach ein chat slash DOP und dann den Spieler. Okay, gut. Okay. Ich mach mich mal selber wieder zum, äh, neighbor heißt das, oder? Ich mach das. Okay. Ähm... Kannst mich aber auch Operat vorlassen. Ich hab sich wieder die OP. Ich baue Kühlschrank. Ich sag's euch. Was hältst du von mir? Ich baue eine ganze Küche. Ich sag's dir. Ja, ich überlege gerade. Ich überleg gerade auch, wie ich das machen soll, weil ich will ne richtig geile Sache umsetzen. So, ich bin da da. Na, guck mal, das funktioniert. Na? Und ich wundere, was diese weiße Block hier ist, das ist sehr kommentiert. Also da gibt's irgendwelche Maske drin. Ach so. Boah, das ist, das ist wirklich geil, Linus. Das ist nice. Was in dem Schlafzimmer. Das ist voll auf jeden Fall. Ist da, wo das Batman ist? Ja. Ja. Ja, Digga, Linus spielt halt aber auch gefühlt so lange in Minecraft, wie ich schon lebe. Ja. 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 Aber er ist halt ganz kurz im Bedrock. Und? Ja, aber Bedrock ist ja jetzt nicht neu. Er ist quasi ein anderes Spiel gefühlt. Wenn du eigentlich immer durch Java zockst, ist Bedrock für dich ein anderes Spiel. Okay, das stimmt. Ja, gut. Es gefühlt komplett anders. Ja, aber du... Es gefühlt komplett anders. Da hast du keine Gleichheiten gefühlt. Ja, das ist bisschen gelogen. Aber leg mal. Es ist... Also, ganz viele Details sind unterschiedlich. Ja. Hm. Wie mach ich das jetzt? Das ist so... Das ist bestimmt eines... Das ist so geil. Das ist so geil. Mal gucken, was die Jungen mal so macht. Bitte grad nicht in mein Haus. Ich hab nämlich grad alle meine Ressourcen gejoggt. Was brennt nicht? Einfach Bruchstein brennt nicht. Ja, genau. Ein Bruchstein brennt nicht. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. So, mein Kühlschrank ist fertig. Sieht zwar scheiße aus, aber erfüllt seinen Job. Kannst du was reinlegen? Was? Kannst du was reinlegen? Theoretisch, aber mein Kühlschrank ist gerade voll. Hast du auch schon Kühlschrank, Linus? Noch nicht. Wie willst du denn denn machen? Ja, so eine Klassik eigentlich. Eigentlich. Meine Sauna ist mega cool. Wenn man sich in der Sauna aufgehetzt hat, kann man einfach übers Brett in den Pool springen. Ja. Zählt mal deine Sauna? Er kommt eben bei mir rein. So, zweite Etage. Ja, ich bin schon drin. Ja, ist okay. Ja. Einfach mit Magma-Blocken halt. Und dann kann man sich jetzt direkt abschüllen. Äh, das ist aber richtig abgehoben, so, ne? Hä? Ja. Das ist eigentlich fast zu sehr abgeguckt. Was ist zu sehr, was? Er hat, ich zähle, du zieht euch mal alles. Nee, er ist okay. Ja, doch, das ist wirklich ein bisschen abgeguckt. Was? Ja, ja, er hat halt gefühlt alles mit Wolle und Bilder an der Wand. Ja, warum ist das abgeguckt? Bilder an der Wand? Naja, weil, ja, aber so in dem Style hast du deins auch gebaut. Ja, aber er darf es machen, weil er nicht so viel weiß. Also, weil er halt nicht so viel krank viel machen will. Ah ja, weil ich viel weiß. Ja, doch, darf er so machen. Wenn Janus nicht erlaubt, dann darf er es nicht. Aber sonst. Aber ich finde sein Rollpool voll. Also, sein Keller voll. Ja. Äh, Erik, komm mal zu mir. Warte kurz. Ich finde sein Keller ganz so krank. Ja, ist das Beste, was er hat, ne? Dein Fahrstuhl. Ich glaube, mein Fahrstuhl. Also, den Kühlschrank B. Jetzt schraub ich. Junge, jetzt pack das auch alles wieder in der Ordnung rein. ja so und komplett was rausgenommen hast du unten ganz ins deck rausgenommen ja mein freund hat das mal hingekriegt dass er davor noch eine tür hat die sind immer geöffnet hat aber das habe ich nicht hingekriegt also eine eisentür die ich dann praktisch immer gleichzeitig geöffnet hat